Im Innenministerium des Landesrumortes Minister Stübken soll den Arbeitsvertrag seiner Büroleiterin und CDU-Parteifreundin ohne Zustimmung des Personalrates entfristet haben. Obwohl es sich um einen Vertrauensposten handele, den jeder Minister bei Amtsantritt neu besetzt. Das berichten die Potsdamer Neuesten Nachrichten. Und sie berichten auch, dass der Personalrat sauer sei, weil der dauerhafte Arbeitsvertrag die eh schon klamme Landeskasse zusätzlich mit bis zu 4 Mio. Euro belaste.